Das Streitthema schlechthin, das COD-Fan schon seit Jahren begleitet. SBMM, also Skill-Based Matchmaking. Wir diskutieren heute, was SBMM genau ist, warum es so lautstark abgelehnt wird, welche Gründe es dafür gibt, denn auch da gibt es manche Menschen, die absolut pro SBMM sind. Und wenn das Ganze ein Wunschkonzert wäre, was wir uns für die Zukunft von COD wünschen würden. Los geht's! Auch wenn die Diskussion rund um SBMM erst in den letzten Jahren so brutal viel Fahrt aufnimmt, gibt es SBMM eigentlich schon viel länger. Aber was ist das eigentlich genau? SBMM steht für Skill-Based Matchmaking und beschreibt eine Methode, wie bei der Spielersuche Online-Gegner für euch gefunden werden. Spiele sammeln im Laufe der Zeit Informationen über euer Gameplay. Zum Beispiel KD, Siege um Niederlagen, Präzision und so weiter. Ganz viele Daten also, die dann oftmals komprimiert und quantifiziert werden, in einem sogenannten MMR-Matchmaking-Ranking. Beziehungsweise auch oft einfach in einer Elo. Diese Zahl oder auch Abzeichen, wie beispielsweise die Elo in League of Legends, soll aussagen, wie gut ihr als Gamer seid und ihr erhaltet Gegenspieler, die ungefähr im selben MMR- oder Elo-Bereich sind. Klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Faire Matches für alle bedeuten mehr Spielspaß? Das sagen zumindest die Befürwörter von SBMM und genau so funktioniert COD heutzutage. Call of Duty ist wie gesagt nicht das einzige Spiel, das Skill-Based Matchmaking benutzt, aber allein aufgrund seiner Popularität immer wieder in der Diskussion dafür. Call of Duty erreicht auf gewisse Art und Weise das Ziel von SBMM nahezu perfekt. Jede Runde ist relativ ausgeglichen, die Skill-Level fast immer fair verteilt und meistens sind Runden entsprechend knapp. Wirklich dominierende Teams kommen zwar gelegentlich vor, aber doch eher selten. Gerade Gelegenheitsspieler begrüßen diese Implementierung Leute, die eben nicht acht Stunden am Tag zocken und ein Leben außerhalb der COD-Lobby führen. Nach einem harten Arbeitstag von einem 14-jährigen Schwitzer dominiert zu werden, ist eben kein geiles Gefühl. Junge, wie ist Fortnite? Hast du ja immer solche scheiß Schwitzer, Alter? Go! Nein! 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 SBMM hat aber nicht nur Vorteile. Bevor wir auf die Gegenseite eingehen, müssen wir erstmal objektiv die Nachteile besprechen. Ein ganz naheliegender Nachteil ist das gemeinsame Spielen. Das System funktioniert hier nicht einwandfrei. Angenommen, ihr seid drei Freunde und spielt gemeinsam Multiplayer. Einer ist schlecht, der andere normal und einer ist sehr gut. Wo ordnet euch das System ein? In der Mitte, dann wird einer dominiert, einer hat Spaß und der andere macht die Gegner fertig? Beim Schlechtesten, dann haben zwei aus eurer Gruppe leichtes Spiel oder beim Besten und zwei aus eurer Gruppe haben keinen Spaß? Ganz so dramatisch ist es zwar nicht, da bei der Unmenge an Gamern bei COD, auch das oft teilweise ausgeglichen werden kann, aber beseitigt ist das Problem dennoch nicht ganz. Ein anderer Nachteil ist, dass Spieler so nicht ermutigt werden, entlang der Skillkurve aufzusteigen. Nehmen wir ein Spiel wie Dark Souls oder Elden Ring. Gegner sind so schwer, dass ihr die Mechaniken des Spiels meistern müsst, um weiterzukommen. Wer die Skills nicht erlernt, schreitet im Spiel nicht voran. Wenn also nicht so gute Spieler ständig mit anderen nicht so guten Spielern spielen, dann haben sie keinen Anreiz, besser zu werden und die Mechaniken des Spiels zu meistern. Was uns auch schon zur Gegenseite bringt, alle Leute, die gegen SBMM sind. Ihr habt sicher schon euren Lieblingsstreamer oder Streamerin gegen SBMM fluchen sehen und hier sind wir genau bei den Leuten, die es am meisten stört. Leute, die besser spielen als der Durchschnitt, die Streamer und Pros dieser Welt oder vielleicht einfach nur der Beste aus eurem Freundeskreis. Das Argument? Jede Runde ist das reinste Sweatfest. Spielt ihr gut, werdet ihr hochgestuft und spielt mit besseren Spielern so lange, bis ihr auf Gegner trifft, die euch absolut fertig machen oder ihr jede Runde mit maximaler Konzentration absolvieren müsst. Das gemütliche Couchen und Daddeln geht dabei verloren. Ein weiteres Argument der Gegenseite? Auch der Casual-Player würde dadurch fürs Gutspielen bestraft, da sobald dieser besser spielt als sonst, landet er mit besseren Spielern in der Lobby und wird vernichtet. Jetzt sind wir also hier. Bessere Spieler verlieren den Spielspaß durch konstantes Sweatfest und Casual-Gamer werfen den Pros vor, einfach nur leichte Gegner haben zu wollen, die sie halt dann fertig machen können. Und irgendwo haben ja beide Seiten auch recht, deswegen die Frage an euch, was denn ihr eigentlich? SPMM gut oder schlecht? Und jetzt kommen wir zur Frage des Tages, was wäre denn eigentlich die Lösung, die vielleicht alle zufriedenstellen könnte? Erstaunlicherweise gibt es die schon und viele Spieler nutzen das System, das es schon seit Jahrzehnten gibt. Ehrlich gesagt ist es mir ein Rätsel, warum hier nicht seitens der Entwickler klar unterteilt wird in Ranked und Social. Ranked ist für alle, die aufsteigen wollen, sich messen wollen und ihre MMR und Elo in die höchsten Ränge katapultieren wollen. Social ist einfach lockeres Spielen, zufallsbasiertes Matchmaking mit sowohl guten als auch weniger guten Gamern. Okay, zugegeben, vielleicht ist es etwas optimistisch von mir, bei Social komplett auf SPMM zu verzichten. Eine abgeschwächte Form sollte vielleicht dennoch existieren, aber dessen Funktionalität könnte klar kommuniziert werden. Das würde Freunden verschiedener Skill-Level das Spielen erleichtern, Smurfen ist nicht mehr so ein Thema, kein Reverse-Boosting und jeder kann für sich selbst entscheiden, wie schwitzig der Tag werden soll. Meine lustigste Erinnerung an Online-Multiplayer gehen zurück zu Halo 3 beispielsweise, wo sich in Ranked übelst angestrengt wurde, aber in Social alle Skill-Level aufeinandertrafen, in Game-Modi, die auch überhaupt nicht balanced waren. Es ging da immer nur um Spaß und nicht um Sieg oder Niederlage. KD und andere Werte werden eben in Ranked gemessen. Meint ihr, ich bin zu naiv, was die Implementierung von SPMM in der modernen Gaming-Welt angeht? Schreibt das wie gesagt in die Kommentare, weil das war mein Hot Take zu Skill-Based Matchmaking. Für heute bin ich also wieder durch, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls dem so ist, drückt auf Like und Abo, dann sehen wir uns auch nächstes Mal wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal.